Wenn es um ausgeflippte Videos geht, fallen einem automatisch The Cure ein, denn sie haben in dieser Sache schon so manches Zeichen gesetzt. Mit Lullaby beispielsweise ließen sie dem Betrachter reihenweise kalte Schauer über den Rücken laufen, als Sänger Robert Smith vom Spinnenmann erst ins Netz verstrickt und am Schluss gar verschlungen wurde. Wir waren jetzt eingeladen, bei den Dreharbeiten des allerneuesten Werkes von Cure dabei zu sein und wurden zu diesem Zweck in die Londoner Lombard Road in ein Lagerhaus eingeladen, wo normalerweise Wein verkauft wird. Drinnen alles andere als edler Lebenssaft, unheimlich wirkende Grotten, ausgestattet mit jeder Menge Phallus-Symbolen. Geschäftiges Treiben von ca. 50 Mann Crew und mittendrin Robert Smith, der immer und immer wieder für die gleiche Szene ein Stück des neuen Titels singen muss. Daran hat sich auch Regisseur Tim Pope gewöhnt, der hier bereits das 17. Video mit Cure dreht und er versucht, Fortsetzungen von einem Video zum anderen zu schaffen. Did you see the last Video, Lullaby? You know the bit where Robert was sucked into the Spider's mouth? This is what was inside. All Cure videos are constant. If you look, if you look, well, you can see it up at the back there, there's a sock. And we've always had recurrent images, always, like for the past, I mean, it's really boring. We just remake the same video, we've got no ideas. We just constantly remake the same video, and we have done for the past eight years. So we had socks in it and everything, just the way I moved the camera, different angles and everything are all restatements from previous videos. There's just things which I think another director, if you didn't know the cure well enough, we tried to make it all very serious. It wouldn't be as much fun, I don't think, to watch. The good thing about the cure is they're not too bothered about the way they look or anything. They'll do anything or suffer anything and we like to make them suffer. They haven't had to suffer too much in this one, which is why it's not been a great day. They usually like to suffer. Having sat in the cave and talked about it forever and ever, here it is, the new cure video. This is called Love Song.